Wir befinden uns in Walzuttingen, zwischen dem Ortsteil Tingen und dem Berghaus. Am heutigen Nachmittag ist es zwischen den Ortsteilen Tingen und Berghaus ein Verkehrsunfall entdeckt, bei dem eine seit gestern Abend vermisste Dame in einem Pkw eingeschlossen aufgefunden wurde. Aufgrund der Aufwindesituation und der örtlichen Gegebenheiten war es der ca. 70-jährigen Dame nicht möglich, sich allein aus dem Pkw zu befreien, sodass die Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Hilfe gerufen wurden. Der Rettungsdienst befreite zusammen mit der Feuerwehr die Dame aus dem Fahrzeug. Die Feuerwehr hat abschließend das Fall aus dem Waldstück entfernt und dem Abschnittdienst übergeben. Untertitelung des ZDF, 2020